So, dann können wir ja nochmal rüber gucken zu unserem Stau-Chaos hier drüben. Ja, hat sich anscheinend aufgelöst. Dann kann man auch hier gleich nochmal so ein bisschen was setzen. So und so. Oh, oh, wo sind die denn alle hin? Eiei, ich glaube das habe ich ja... Eieiei, was habe ich denn hier? Ist das eine Bushaltestelle? Was ist das für eine Haltestelle? Ah, ein lila, ne? Ach, das ist der Bus. Das ist die Linie. Mal mal angucken. Oh, die Busse sind voll. Ah. Das könnte ich bestimmt nochmal besser machen. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich den Weg schon mal dorthin verbessern kann? Woanders jetzt. Ach, hier. Oh. Wie wäre es mit einer neuen Buslinie? Ist hier viel los? Nee, hier auch nicht. Hier ist ja viel Mist. Okay. Fange ich dann mal hier an. Gehe hier weiter. Nehme hier nochmal die Leute mit. Dann hier drüben. Hier auf jeden Fall das Schulviertel. Dann auf jeden Fall das Rathaus. Du heiliger, wie fahre ich denn hier? Oh, schwierig. So. Nee, da möchte ich keine Haltestelle. Okay, wir fahren hier entlang. Dann nochmal hier. Hier. Dann nehmen wir das hier nochmal mit. Oh Gott, das wird eine viel zu lange Linie. Äh, das habe ich ja nicht so bedacht. Dann geht es. Danach. Die Seite runter. Hier einmal durch. Hier entlang. Und. So. Beende ich das Ganze. Oh Gott, das ist eine kurze Modellinie. Das sehe ich doch jetzt schon. Da nehmen wir den auch wieder. Finde ich persönlich. Ist irgendwie der beste Bus. Von. MAN in Lion City. Super viele Leute passen da rein. Und. Ich finde, er sieht auch gar nicht schlecht aus. Anzoomen. Wo ist denn der? Hier ist doch schon einer, oder? Nein, das ist ein Straßenbahn. Hoppala. Ähm. Mensch, warum wollen wir denn hier einen Bus fahren? Hier. Da kommt doch einer. Ich finde, er passt sehr gut rein. So wie er ist. Die Stromverbindung brauchen wir weiter. Äh. Was läuft jetzt? Hier kommen ein paar Geschäfte. Die wollen aber immer noch mehr Geschäfte. Das ist schwierig. Okay. Dann. Wird hier nochmal was reingehauen. Und hier drüben. Dann. führen wir die Stadt hier am Wasser entlang. Da habe ich schon mal so ein bisschen nebenbei. Die ganzen Sachen ein bisschen. Begradigt. Oh nein. Eieiei. Ah, halt stopp. Äh. Äh. Ach du heiliger. Ah. Okay. Das war natürlich richtig blöd. Ah nein. Ich habe es auch immer mehr aufgemacht. Ja. Super geil. Okay. Einmal kurz alle Skeletten wieder. Hier. Ob es gleich. Das soll der zum Glück nicht lang. Mal hier ran. So. Das ist nochmal näher ran. So. Das ist nochmal kurz hier begradigen. Oder besser gesagt glätten. Und. Dann. Kann man ja eigentlich schon mal so ein paar Straßen hier rüber ziehen. Da habe ich hier noch was. Ach nö. Das passt eigentlich alles soweit. Da gehe ich vielleicht später nochmal ein bisschen rüber. Dass das jetzt hier noch so ist. Das ist ja. Überhaupt nicht mehr dramatisch. Oder? Oh ja. Was sehen meine Augen hier? Eieiei. Eieiei. Aber das geht ein bisschen schneller jetzt. Und weg damit. Och nö. Nicht quatschen jetzt hier. So. Reicht das vielleicht schon? Ist es denn noch viel? Nö. Das sieht man ja so kaum eigentlich. Oh. Oh. Hoppala. Eigentlich. Muss ich doch die Fläche. Hier auch nochmal anschließen. Mist. Okay. Nochmal ein bisschen nachfüllen hier. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin jetzt auf die umständlichste Art und Weise. Aber gut. Und hier auch nochmal überall lang ziehen. Wenn man eine schöne Ebene hat. Ja. Eigentlich könnte ich mir dafür auch eine Mod holen. Ich würde das ganze bestimmt ein bisschen vereinfachen. So. Aber darauf habe ich jetzt irgendwie auch gar keinen Bock. Mach das jetzt einfach so. Ich meine. Ich bin ja jetzt schon fast fertig. Das hier nochmal schön ran. Ins Wasser. Schön ziehen hier das Ding. Und jetzt alles glätten. Ah. Das funktioniert auch super. Hier auch nochmal überall drüber hobeln. Zack. Ja. So. Das ist natürlich ein bisschen langsamer und vorsichtiger glätten hier nochmal. So. Na jetzt denke ich haben wir noch hier eine Ebene erreicht. Mit dem ganzen. Kann nämlich auch hier recht schön nochmal die Straße lang ziehen. Aber. Ich weiß auch noch gar nicht. Ja doch. Eigentlich soll es Großstadt werden. Doch. Ich bleib dabei. Jetzt müssen die Falten hier auch noch verschwinden. Oh stimmt. Was mir auch noch in den Sinn gekommen ist. Jetzt muss ich wieder kurz umspringen hier. Ähm. Ein Pferdepot. Ein Pferdepot. Würde sich das nicht hier anbieten. Einmal von hier drüben. Von der Seite. weiter. Ich will es nochmal ausprobieren. Das Gedönsel hier mit dran. So. Nämlich. Wasser kriegt er noch. Strom kriegt er natürlich auch noch. Äh. Und dann. in der Stelle kriegen wir doch hier auch noch mitunter gebastelt oder. Ja. Habe ich mich hier schon so verzettelt. Wobei. Guck mal. Hier. Also hier auf jeden Fall. Ich würde ganz gern das hier sitzen. Ah. Da passt es nicht so gut rein. Ich da jetzt ja schon ein paar Häuser gesetzt habe. Aber hier ist so nah an dem anderen schon dran. Boah. Hier. Hier sitze ich nochmal einen hin. So. Ah. So nochmal. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger glaube ich. Hier nochmal. Dann einmal die ganzen Straßen verbinden. Zack. Okay. Hier hat sich nichts geändert an den Häusern. Ja. Hier muss ich jetzt einmal einen Durchbruch machen. Hm. Schwierig. lunge speak. Quittellissteier. Ach Mist. Oh. 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 A. Oh. 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 ерal. das ist natürlich jetzt richtig blöd doch lassen wir das mal so kurz wie es ist dann einfach mal so erstmal wenn es da irgendwelche probleme gleich geben sollte wird es natürlich sofort abgeändert hier hätte ich ganz gern einen weg nach dort oben und auch hier das hat mir auch den flussweg nicht kaputt gemacht strom bräuchte ich nur noch okay das kriege ich und hier ist einfach was das ja auch überall ich habe ich nicht richtig angebunden so das ist genau mein ding ich echt ganz gerne verbindung nach hier drüben hätte ich wollte doch die ja doch so was habe ich noch gesetzt die hier drüben ist ja dran geht es doch eigentlich los in die testphase oder bestimmt den fährweg muss ich noch setzen das möchte ich wieder weg machen ich möchte dass es so verläuft das ist ein bisschen so zwischen den ganzen schiffen noch bevor das ganz schön schwierig wird bei dem was ich hier gesetzt habe jetzt wird es schwierig wird es nicht einfach jetzt machen kann sein dass uns das auffällt hier der geht auch hier durch das fährt auch nochmal hier durch hier durch und hier dran hier durch die brücken durch zu tief theoretisch so hier wieder dran und so jetzt habe ich es was war das nochmal der hafen ich denke mir hier für eine anbindung geschaffen das ist ja der hammer aber nicht schon mehr ablenken lassen ich werde jetzt erstmal hier habe ich nicht einen knotenpunkt auch mit wasser schade hafenbus monorail hafenbus hafenbus das ist auch ganz schön das ist schön ok das lass ich kurz weg ich hätte ganz gern die halt stellen hier 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 dann wieder hier 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 nicht zurück ha es war natürlich nicht so meine beste idee aber logischerweise möchte ich ja auch noch das hiermit anwenden so und so einfach dann können natürlich auch noch die hier mit ran ok müsst löschen noch mal ganz von vorne also nur 1234 vier und fünf jetzt hier einfach was das ist jetzt genau so wie es heute oh nein was ist das denn also die fahren da rein an die halt stelle drehen einmal komplett drehen zweimal ok das ist halt kunstfündig ich meine das muss man sich mal angucken hier das ist ja also die kapitäne haben echt alle lizenzen erreicht in ihrem leben ok der fährt gar nicht mehr los jetzt wo ich zugucke oder sind jetzt hier alle lizenzen reich gott wie ich mir allein warum sind das sind so viele ich will auch gar nicht so viele 10 warum denn 10 direkt nur runter auf hier recht auf vollkommen aus hier ist schon ganz schön ich dachte es gibt was mit mehr kapazität und hier sind tote was soll das habe ich denn kein frito 4 und habe ich tatsächlich nicht dass sie mit mir verkehrt dahinten oh gott halt stopp ich habe doch noch das an und das aufpassen ja genau dass ich das nicht in wasser setzte das gott grün angezeigt was soll hier rein wahrscheinlich ja ok hier und ich habe noch ein krematorium dran ja das weiß ich noch nicht ob das so schön ist wie ich es jetzt gerade gebaut habe vielleicht helfen da noch mal bäume so ein bisschen hier so lang und hier auch noch mal rum und blam bum und mist hier wieder die bäume weg kleine buche dran hier kann noch mal geschäfte entstehen aber vielleicht nicht hier halt stopp das ist doch überschwemm das blöd hier entstehen geschäfte okay warum wird jetzt keiner abgeholt sind es gerade zu viele tote beginnt jetzt hier ein großes massensterben oder wird das gibt es doch nicht das ist schwierig hier alter sein oh gott gott jetzt fehlt es an arbeitsplätzen auch gott ich will gar nicht die aktie sehen jetzt gerade der gewinn ist gut okay noch mal ganz kurz warten was passiert als nächstes das muss doch jetzt noch mal richtig durch die decke gehen es geht in keller verkaufen also damit habe ich ordentlich gewinn gemacht und letzte stufe aufwerten jetzt kriegen wir sogar noch mal einen steuer bonus von 6 prozent ist sehr genial das sieht fantastisch aus oh gott nein wie viele sind das hier okay schnell hier nochmal so ein hinflastern und vielleicht hier nochmal und hier ganz vorne wieder durch scrollen was sind hier die nicht die auch nicht zack zack die passt nicht das passt hier wieder zack zack so die passen ja ganz gut da rein hier kann man ja noch bäume dran machen ach du heilige warum 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 habe ich das denn nicht gemerkt hier oben auch nochmal ein frichter hoch oh gott was ist denn los hier so ein hier ein schwimmbad gut da ne da sollte kein Friedhof hin so hier vielleicht und eventuell hier so hier ist ja noch alles gut das sind ja auch Gebiete die erst später entstanden oh sind ja habe ich nichts zu gesagt ähm schwierig ach oh no das ist seit wann warum was habe ich denn äh oh no oh no wann ist das alles passiert hier läuft ja alles gut und dann ja gut das kann ich auch noch verkraften 83% ist eigentlich noch echt gut aber hier ist Katastrophe Katastrophe irgendwie und Vielen Dank.